Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, sahen sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist eine Schwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jedem Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht bei den Grafen Bayer-Dotter. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter all ausgerechnet Himmler! Getreust in der Treue! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist der Fett wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeugebericht! Sie bleiben, Doktor, bitte! Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, und ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen greiben. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Innens mobilisiert den Norden, Kesslering im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangerbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.